Und dann kommt diese interessante Anekdote von der Buchautorin. Sie sagte, ein Bankier aus dem Westen erzählte ihr die Geschichte von seiner Tante, eine russische Prinzessin namens Tatjana von Metternich. Die hatte dann irgendwann in den deutschen Adel, in die Metternich-Familie eingeheiratet. Diese Tante, eigentlich eine russische Prinzessin, lebte in einem Schloss nahe Wiesbaden, nahe der wichtigsten US-Militärbasis. Sie erzählte, wie beeindruckt sie damals gewesen sei, von dem jungen KGB-Offizier Wladimir Putin, der sie in ihrem Zuhause besucht hatte und dort sogar die Beichte abgelegt hatte. Okay, Tatjana Hilarionovna, Prinzessin von Metternich-Winneburg. Genannt Fürstin von Metternich-Winneburg. Die ist eigentlich geboren in St. Petersburg, beziehungsweise damals hieß es Petrograd. Das ist, wo Putin herkam und später Vizebürgermeister wurde. Tatjana von Metternich-Winneburg war die Tochter von Prinz Hilarion Sergejevich Vassiltschikov. Doppel S. Vassiltschikov. Und Prinzessin Lydia Leonidovna Vyassimskaya. Und sie war die Witwe von Paul Alphons, Prinz von Metternich-Winneburg. Sie war die letzte Vertreterin des Hauses Metternich-Winneburg. Und sie hat dann eben den Namen Metternich halt beibehalten. Aber eigentlich ist sie eine russische Prinzessin und stammt ab von sehr, sehr alten Familien. Die heute noch lebenden Träger des Namens Metternich-Sandor stammen von Franz Albrecht Metternich-Sandor ab. Er starb 2009. Der mütterlicherseits ein Nachkomme des Fürsten Clemens Wenzel Lothar von Metternich-Winneburg war. Und 1926 von seiner Tante Clementine von Metternich-Sandor adoptiert wurde. Franz Albrecht war ein Sohn des Herzogs von Rathibor aus dem Hause Hohenlohe-Schillingsfürst, dem diese Familie als Zweig angehört. Prinz Max Egon zu Hohenlohe-Langenburg war wichtig für die Nazis. Näheres in meinem Buch. Nach dem Aussterben der Grafen von Gleichen im Jahr 1631 erhielten die Grafen von Hohenlohe-Langenburg die thüringische Grafschaft, obergleichen mit Ortruf im Herzogtum Sachsen-Gotha, siehe britischer Thron. Die zu Hohenlohe-Langenburgs hatten Querverbindungen zu den Häusern Sachsen-Meiningen und Schleswig-Holstein-Sonderburg. Also sind wir beim britischen Thron und auch beim Zarentron. Queen Victoria von Großbritannien und Prinz Albert waren verwandt mit den Fürstenhäusern Coburg, Kleiningen und Hohenlohe. Und es wurde wieder und wieder vermutet, dass Putin abstammt, also dass Putin abstammt von russischen Adeligen aus Tver. Tver war vor langer Zeit mal die Hauptstadt eines mittelalterlichen Staates und im russischen, also eines Staates, im Staat, hier im russischen Imperium. Es gibt heute die Stadt Tver und den Oblast Tver, der angrenzt an Moskau. In Moskau gab es den Großfürsten Vassiljevic, der Blinde, war der Großfürst von Moskau, 1425 bis 1462. Aus dem Geschlecht der Vassilchikows übernahmen viele Leute dann hohe Ämter am Hof des Zaren. Die Zaren waren aber in einem gewissen Punkt Schleswig-Holstein und Hessen. Welfen, Welfenecke. Alexander Semyonowitsch Vassilchikow war einer der Favoriten und Liebhaber der russischen Zaren Katharina der Großen. Also gab es dann Ilarion Vassilchikow, wurde von Zaren Nikolaus I. von Russland in den russischen Grafenstand erhoben. Also es gab auch dann viele Generäle, viele Generäle aus dem Clan während der Zarenherrschaft. Das heißt also, Putin stammt wahrscheinlich von Adeligen ab, die sehr weit zurückgehen. Und diese Tatjana von Metternich, die stammt auch ab von sehr, sehr alten russischen Adelsfamilien, die auch noch in etwa einer gleichen Region beheimatet waren. Ähm, eventuell besteht sogar ein Verwandtschaftsverhältnis, ein Entferntes zwischen dieser Tatjana von Metternich. Verwandtschaftsverhältnis zwischen Tatjana von Metternich und Putin. Vielleicht war das auch der Grund, warum Putin als junger KGB-Mann Putin sie besuchen durfte und die so begeistert voneinander waren. Äh, und äh, Putin bekam dann die Förderung auch, wurde dann Vize-Bürgermeister von Sankt Petersburg. Und Tatjana von Metternich beschaffte Lebensmittel für Sankt Petersburg nach dem Fall der Sowjetunion über den Orden von St. Lazarus von Jerusalem. Putin wurde in der Presse zitiert mit wohlwollenden Worten für ihn. Und Forscher haben halt eben dann lange, lange versucht halt eben rauszufinden, wo kommen die Putins eigentlich her? Es gibt sonst niemanden mit dem Namen Putin. Also niemand hat irgendwo was gefunden. Es gibt sonst keine Putins. Aber manche Leute, also manche Forscher haben gesagt, Wladimir Putin sieht aus wie Prinz Mikhail Tverskoy aus Tver. Ähm, stammt Putin vielleicht ab von diesen Tver-Prinzen? Und die Putins, ähm, also der Putin-Clan, und es gibt niemanden sonst, der so heißt, der Putin-Clan, den kannst du eben halt zurückverfolgen in die Region von Tver. Ja, und diese Adeligen von Tver, ähm, und diese Adeligen von Tver, da gab es halt eben dann auch, äh, hier weitere Adelige mit dem Namen Putianen. Und, ähm, aus diesem Clan Putianen, da gibt es dann eben bekanntermaßen einige Leute, die waren dann wichtig im, im russischen Reich, also auch im Militär. Ähm, einer der ältesten, ältesten Clans in der russischen Geschichte. Und, ähm, wie halt so üblich, hatten auch dort in Russland die Adeligen immer wieder uneheliche Kinder. Und bei den unehelichen Kindern hat man eben dann den Adeligen-Namen verkürzt. Also, aus, äh, äh, Repnin wurde Pnin, zum Beispiel. Also, der, der, der russische Schreiber Pnin war ein uneheliches Kind von Feldmarschall Repnin. Äh, Betskoy statt Trubetskoy oder Gribov statt Gribov. Ähm, man hat einfach immer so eine Silbe rausgenommen. Und Putin stammt dann vielleicht ab von, äh, den, Putin stammt wahrscheinlich ab von diesem, äh, Putianen-Clan. Und das geht dann irgendwie so in diese Tver-Region. Äh, und da kommen auch so die Familie her von dieser Prinzessin da von Metternich, oder die den Metternich-Clan eingehalten hat, äh, die dann mit Putin früh zu tun hatte. Und, ähm, gerade auch diese wichtigen, äh, Vorfahren, die hatten dann das Vertrauen der Zaren, was ja besonders war, weil die, äh, Zaren, also russischen Zaren außer den Häusern Hessen und Schleswig-Holstein, die hatten ja immer wieder Probleme mit dem gewöhnlichen, äh, restlichen russischen, russischen Adel. Die waren sich längst nicht immer grün, aber gerade diese bestimmten Adeligen, die kamen wunderbar aus mit den Zaren und waren die höchsten Generäle der Zaren. Ha, äh, fuh, 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 fuh. Und sie gucken Alexander Nevsky, äh, und wieder die Deutschen porträtiert werden. Und wie, wie das Ganze, glaube ich, sogar schon Einflüsse hatte später, der Film auf Star Wars und das Empire. Ähm, ja, also, und dann, ähm, haben wir also diese interessante Spur, die wir natürlich dann noch weiterverfolgen werden, jetzt nicht nur bei Putin, sondern auch bei anderen Leuten aus dem heutigen Russland. Also handelt es sich um uneheliche Kinder oder halt generell um Leute, die abstammen von dem russischen Adel. Sowohl dem klassischen, klassischen russischen Adel, als jetzt auch dem Zarenadel. Gleichbedeutend mit Hessen und Schleswig-Holstein. Auch Querverbindungen zu den dänischen Welfen, Dänemark und so weiter und so fort. Sachsen, ähm, es ist auch interessant, dass Putin, dass Putin, ähm, für den KGB jahrelang tätig war in Dresden. Also auch in einer Stadt, die halt mit dem, äh, Welfenadel sehr viel zu tun hat. Und vielleicht wurden auch da entsprechende Netzwerke genutzt. Also vielleicht nutzten die Russen und der KGB halt eben dann auch, äh, vielleicht nutzte der KGB eben auch, ähm, äh, adelige Netzwerke, beziehungsweise die adeligen Netzwerke sind ja viel höher als der KGB. Und der Adel benutzte den KGB. Ja. Adel, äh, der russische, äh, russische Adel, verbunden mit einem europäischen Adel, benutzte den KGB. Unter anderem auch für Wirtschaftsspionage. Und es ist halt interessant, dass eben diese Konzerne, wo dann Sachen geklaut wurden für das DDR-Kombinat Robotron, dass diese Konzerne eben auch eine Welfenvergangenheit haben, mit der Royal Society. Und die Royal Society, Leute aus der Royal Society, schufen die moderne Verschwörungsliteratur. Und das ist eben der Grund, warum solche Zusammenhänge nie reingepackt, warum diese ganze, diese adeligen Zusammenhänge halt eben dann nie reingepackt wurden in Verschwörungsmedien. Ja. Das heißt, man findet keine typische Verschwörungsliteratur zu diesen Sachen. Vor ein paar Jahren habe ich mir gedacht, oh, da wird es vielleicht 20, 30 gute Bücher geben. Und ich hole mir halt mal die besten 10 davon oder so. Es gab nichts, null, nicht eines, nicht ein einziges. Ja, durch das, ich durfte mir halt aus, und das war auch ein Vorteil, ich konnte aus verschiedensten Quellen, allen möglichen wissenschaftlichen Quellen, konnte ich mir halt ein Bild machen, von den adeligen Geheimdiensten und so weiter und so fort, und den Operationen. Und ja, das heißt, ich war jetzt nicht irgendwie beeinflusst durch die Sichtweise, die Brille irgendeines Verschwörungsautors. Das ist wie gesagt einzigartig, was wir hier treiben bei Recent Time.